Ah, ne? Das ist so eine ziemliche Ausnahme-Band, auf was es angeht. Ah, ja, hab ihn. Ja, das ist er. Was ein Zufall. Jens hat ihn neulich auch entdeckt gehabt. Ich würde ihn halt gerne catchen, wenn er noch, solange er noch draußen ist. Ja. Ich komme jetzt rein, ich schalte schon mal EMP und das ganze Zeugs an. Ich kann ihn ja schon mal EMP'n, während er im Profis. Hat jemand gerade Sicht auf ihn? Kommst du? Ich bin... Ah, du gehst an? Ja, ich geh rein. Ich EMP'n. Ich EMP'n, wenn das schon mal nicht wegkommt. Ja, ich schalte ihn aus. Jetzt irgendwie auch das Klischee natürlich bedienen, ne? Ja, super. Ja, super. Oh, oh. Feind! Ich glaube, er hat noch nicht viel. So nah wie er dran ist. Er sammelt gerade ein. Schilde sind voll. EMP wäre bereit. Kannst du schießen, wenn. Was ist das? Ist das so ein fettes Schild, was der da hat? Oh, das war EMP, ne? Äh, EMP? Ja. Der will mich bestimmt überfallen jetzt. Ach, der lädt, der lädt das Ding immer auf dann, okay. Ah, jetzt kommen noch andere. Jo, ist ein Überfall. Er soll sich auf den Boden legen mit X. Jemand muss ihn dann mit einer Waffe sichern, bitte. Ja, mach ich dann. Da kommt nämlich noch irgendwo jemand anderes. Ach, da ist noch einer. Ja, lassen wir den doch mal über uns ergehen. Okay. Ich steig mal aus und versuch mich mal hinzulegen, damit sie wissen, ich mach nichts. Dass sie wissen, ich mach nichts. Leg dich doch mal hin. Wo ist denn der Boardingstift überhaupt? Er ist draußen. Er ist draußen. Ich bin da hinterher. Kann irgendwen mit einer Waffe sichern, bitte? Ich geh an den. Ja, ich geh an den. Okay. Boah, gleich so viele. Klauen die mir jetzt den Rock oder was? Ach, Briton. Der Briton. Der Briton. Ja? Was hat er geschrieben? Seid ihr bei ihm im Stream? Er sagt Briton, den kennt ihr sogar noch. Kein Problem, mach ich gerne. Was ist grad die Situation? Also er lässt sich bestehlen, er freut sich sogar. Er lässt sich bestehlen, okay. Dann sage ich nicht nein und geh mal hinten ran. Das ist halt so eine Sache. Einer hält mich halt, ich halt mal hier meine. Einer hält mich in Schach. Und der andere räumt aus. So, jetzt konnte ich mich hinlegen. Jetzt wissen sie Bescheid, jetzt müssen sie mich nichts tun. Und können in Ruhe ausräumen. Hat er nichts mehr drin, nur noch 80 oder was? Ich hatte nur, er ist relativ in einem Outpost. Okay, scheiße. Also der Briton ist einer, der auch hier mitchattet. Ab und an mal. Mal gucken, vielleicht kommt der gleich noch vorbei. Nachdem er mich hier überfallen hat. Aber das ist halt ein klassischer Überfall, wie er auch sein soll, liebe Leute. Das ist nicht von wegen, wir erschießen hier irgendjemanden. Sondern, ähm, sie überfallen fair bisher. Und sind dann auch einfach wieder weg. Und haben mir auch nicht wehgetan. Wie ihr seht, ne? Und mein Rock ist dann einfach leer. Das bücher macht sich nicht alle, hier im Luxemуж sharing. Entschuldigen Sier die Kopf. Und sehen Sie, wie wir gerne sind. Und wir schauen nochmal rein. Wirَ心 embedded in den Fall. Untertitelung des ZDF, 2020